Kursiert bei BEST Hey Leute und Kursiert bei BEST Finserdee Heute mach ich wieder ein kleines Video und zwar von meinen Pärten Glocken die Nummer 1 kommt gleich Die Nummer 1 ist doch Selbstgemachte Kurglocke von meinem Opa gekriegt Jetzt kommt die Nummer 2 Entschuldigung Das war mein Bruder, er war bei Youtube-Schein Er ist auch so ein Youtuber Er ist auch ein Youtuber Aber keine Videos noch drehen Also Er hat noch einen Pärten und verstanden aber es sind keine Krallen Ich hab noch den Link hin Also Das war Ruhig Meine Masken kann ich nicht sagen weil voll laut das hab ich weggekriegt in die Dusche rein Als volles selbst genau die Maske ist vom Maskenschnittsmitterer Danke Mitterer Die hab ich aber zum Geburtstag überraschen gekriegt Also Danke Mitterer Aber es ist schon alte Also Es ist nicht so neu Also Danke Leute Tschüss